So, willkommen zu der neuen Folge Ramses Kitchen hier auf dem Street Food Festival in Erfurt. Wir stehen hier vor Jack's Tasty Fresh Burger und Hot Dogs. Wir wollen uns heute mal den Arnold Schwarzen Burger reinziehen. Der steht hier unten. Arnold Schwarzen Burger mit 250 Gramm Rindfleisch, Double Texas Cheese, frische Tomate, von der Rispe, rote Zwiebel, knackiger Salat, Spezialsoße, Gurke, American Sesambun. Und ich habe gefragt, ob man den noch ein bisschen scharf machen kann oder irgendwas. Da ist auch eine Bacon Bomb drauf, Texas Cheese irgendwie mit 1 Euro mehr so. Also 2 Euro mehr insgesamt. Hat jetzt 14 Euro gekostet. Ging auch ganz schnell. Hab ich bestellt, hab den direkt bekommen. Der liegt jetzt hier. Den hab ich da mal kurz abgelegt. Guckt euch das an. Den nehmen wir jetzt mit, suchen uns einen Platz zum Essen. Werden den dann probieren. Das ist jetzt ein was? Ein Burrito. Ja. Ein Burrito. Ich glaube, man hat innen drin eh nichts gesehen. Was ist der Unterschied zwischen einem Wrap, zwischen einem Taco und einem Burrito? Wenn ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Das ist jetzt also hier der Arnold Schwarzen Burger. Mit Cheese Bomb, mit Bacon Bomb. Angeblich scharf haben sie für mich gemacht. Wahrscheinlich mit Chili Soße. Wäre cool gewesen, noch ein paar Jalapenos drauf. Wir wollen mal da reinbeißen. Der zerfällt eh schon wieder in alle Richtungen. Und mal gucken, ob ich vielleicht heute noch was anderes testen kann. Aber irgendwie habe ich jetzt schon keinen Hunger, weil es einfach so warm ist. Jetzt beißen wir hier einmal rein mit Maulsperre. Scheiße. Bei mir fällt einfach alles raus aus diesem Ding. Also man merkt auf jeden Fall die Chili Soße oben. Vom Fleisch habe ich leider noch gar nichts gehabt, weil das Brötchen einfach so brutal ist und es wirklich so einen großen Bissen braucht. Jetzt habe ich schon das zweite Mal die Nase reingehangen. Aber immer noch kein Fleisch gehabt. Jetzt habe ich die Soße jetzt in der Nase. Jetzt ist auch Fleisch da gewesen. Ist auf jeden Fall sehr bissfest. Hat irgendwie so eine richtig knusprige Umrandung, würde ich schon fast dazu sagen. Sonst ist das Fleisch immer so komplett weich. Der ist so gut durchgebraten, dass der so eine richtig feste Scheibe, da beißt ihr richtig rein. Ihr merkt das sofort. Die Schärfe von der Soße außenrum richtig gut. Ist viel Zeug drauf. Hier sind noch die Zwiebeln. Hier haben sie Gürkchen drauf, überall hingeschmissen. Den Käse habt ihr dazwischen, zwischen den einzelnen Schichten. Was? Willst du meins mal probieren? Probieren! Ich weiß aber nicht, wie das Essen so ist, weil es fällt einfach alles auseinander. Ich habe keine Ahnung, wenn es das Essen so ist. Hör mal. Pupsis Burrito. Gucke Burrito. Alles fällt auseinander. Wir beißen einfach direkt oben rein. Taco heißt das. Taco. Dann ist es halt doch ein Taco. Was ist der Unterschied? Zwischen Taco, Burrito und dem anderen Zeug. Mann, Mann, Mann. Ich hasse so essen, wo alles rausfällt und was ich nicht in den Mund bekomme. Gerade das kriege ich da. So, was natürlich wichtig beim Street Food Festival, wenn es warm ist, genügend trinken. Deswegen haben wir uns jetzt hier so ein Tüte, die ihr ein Cocktail in der Tüte besorgt. Natürlich kosten die alle 7,50 Euro, sobald der Alkohol drin ist. Die gab es mit 6 Promille, mit 10 Promille. Wir haben gleich den mit 11 Promille genommen. Weil er ist schon viel bezahlt. Muss auch viel drin sein. Und das sind 300 Milliliter. Die anderen waren so 200. Ich habe es noch nicht probiert. Pupsi hat es getrunken. Hat gesagt, mega stark. Das klingt doch gut. So schmeckt es auf jeden Fall. So schmeckt die Sonne. Das ist also ein Mai Tai. Der Wusa hat auch ein Mai Tai. Der chillt hier in seinem Stuhl. Ich auch so mit Stuhl. Das ist sehr schön, aber es ist so brechend heiß. So, nach dem dritten Mai Tai Cocktail aus der Tüte sind wir jetzt angekommen bei Wipfood.de. Wipfood.de sieht man hier, die machen so Wraps. Andererseits bei Pupsi, die hatte ja Burrito. Und ich habe mir jetzt hier unten diesen El Diablo geholt. Der El Diablo, ihr seht das hier schon, der hat so drei brutale, feurige Chilischoden. Steht auch dabei, vom Teufel gekocht. Scharfes Rinder- und Schweinehack in Begleitung von Kidneybohne, Mais, sonnengereiften Tomaten, knackigem Eisbär, Quinoa und scharfen Jalapenos. Liebevoll umhüllt in unserem Hartweizen Tortilla. Den haben wir jetzt hier. Und sie hat auch gesagt, ob ich die normale Grundschärfe möchte oder sehr scharf. Und ich habe gesagt, sehr scharf? Sehr, sehr scharf? Dann hat sie die Kollegin damit beauftragt und die hat was geholt, hat das draufgekippt und hat gemeint, sie hat jetzt das Schärfste, was sie da hat, draufgemacht. Das hat sie selbst noch nicht probiert. Wir sind jetzt gespannt. Ich beiß hier jetzt einfach mal rein. Guck mal, wie scharf der wirklich ist. Sie meinte, wenn das mir nicht scharf genug war, soll ich wiederkommen und die Flasche einfach austrinken. 6,50 Euro hat das Ganze gekostet. Ist halt jetzt nicht viel, aber es kommt ja auf den Geschmack an. Es schmeckt auf jeden Fall besser als da eins. Pupsi probiert auch mal kurz. Obwohl, von der Schärfe merke ich momentan noch nicht. Doch, ist schon. Das ist gut. Was ist das denn? Barbarengold. Guckt euch das an. Das ist aber schön. Das schmeckt, der ist aber scharf. Gut, Pupsi dreht durch und sagt, das schmeckt so scharf und wedelt mit der Hand rum. Vielleicht muss ich weiter nach innen kommen, damit ich das merke. Es hat hier eine Seite mit Soße die ganze Zeit. Aber das ist gut, dass es jetzt geben soll. Also so sehr scharf finde ich es immer noch nicht. Aber es hat eine gute Würze. Das Fleisch schmeckt ja auch heraus. Es ist auf jeden Fall kräftig und würzig. Es ist, äh, es passt einfach. Das, was Pupsi vorhin hatte, diesen Burrito, dieses ganze gehackte Zeug, was da drin war, das war alles so klein und hat einfach noch gar nichts geschmeckt. Aber hier, ich habe gleich gesagt, im Endeffekt hole ich mir dann so ein Wrap und dann ist das für dich richtig genial. Jetzt hat sie das probiert und sagt gleich wieder, gut, hätte ich lieber auch das genommen. Also wieder alles richtig gemacht, der Ramses. Das ist wenigstens fleischig. Da ist was drauf. Das schmeckt wunderbar. Aber von der Schärfe geht auf jeden Fall noch was. Da ist noch Platz nach oben. Das war es, glaube ich, dann auch von uns, vom Streetfood-Festival. Eigentlich soll es nur um den Arnold Burger gehen. Ich habe das jetzt noch ein bisschen verlängert. Eben hier mit dem El Diablo noch dabei, mit den drei Mai Tai. Mal gucken, vielleicht nächstes Jahr wieder. Oder in Suhl ist vielleicht auch noch was. Vielleicht können wir da ja hin und da nochmal gucken, was es da zu testen gibt. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Frohe Haut. Euer Ramses. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.